Argo ist ein wunderschöner Deutsch-Kurzer, der auch schon ein bisschen länger bei uns ist. Er ist ein super williger Hund, der lernen möchte, der arbeiten möchte, der einfach total lieb ist, vor Freude übersprudelt, wenn sich jemand um ihn kümmert. Also wie gesagt, er ist sehr verkümmert hier ein bisschen, weil wir diese Zeit gar nicht alle haben. Also wie gesagt, ein guter Pupp, auch super verträglich, läuft in einer Gruppe und ist halt ein Deutsch-Kurzer, ein Jagdhund, aber er ist unter Kontrolle zu halten, er geht gut an der Leine, er arbeitet auch, er hat eine Trainerin und jetzt wartet er auf eine nette Familie, die ihn aufnehmen.